Boah, die Kops, die nervten mich. Wir färten eigentlich vor mir mit der roten Sackkarre. Das ist keine rote Sackkarre, das ist der rote Schwarzer. Der ist mega teuer, ne, der Schwarzer, hab ich gehört. Weiß ich gar nicht, ich hab ihn mir geklaut. Kannst du auch kaufen im Internet. Ah, kauf! Ich krieg gleich Kopfgeld. Ich hab nur ein einziges gekauftes Fahrzeug bei mir in der Garage stehen, den Rest hab ich mir geklaut. Ich hab mir alle geklaut. 1.000, ja, weil das kannst du behalten, das kannst du behalten an der Wackentnager. Jungs, ne, jetzt schreitet euch mal drum, wer das haben will. Wer ist Krimineller? 1.000 vor allen Dingen. Boah, diese scheiß Cops, ne? War jetzt rechts, ah, warte, jetzt war unten unten und jetzt gleich rechts. Du da Junge, jetzt rein da. Rein da! Boah, Hass, ey. Jetzt rein. Jetzt aber, ja, ah, ah! Jawoll, haben wir Kopfaufgehangen. Puh! Jetzt müsste es eigentlich gewesen sein, ne? Guck dir mal die Kamera an, Alter! Was hast du hier gemacht? Boah! Total am Arsch! So, ich kriege gleich eins. Wie außen nix. So. Das ist GTA. Das ist richtig realistisch, das Spiel. Ich hab mal schon hochgedacht und das heißt, wir gehen wieder raus direkt. Wir haben ihn repariert kurz. Und hat mal eben einer bei Leicester eine Mission angefordert. Warte, ich rufe noch mal den anderen an. Ach, ich hab ja einen. Ich bin tot von oben, aber ich glaub, die mögt die nicht, ne? Ne, ne, die ist nicht nur. Ey, die ist gar nicht mal so cool. Ey! Was hast du denn Führerschein gemacht? Äh, in Köln, ne? Warte mal, ich sag jetzt mal. Der gibt mir jetzt noch mal einen Job der, äh, der Martin, ne? Ich hoffe, der gibt mir auch noch mal einen Job hier, einen vernünftigen Job. Und die sind immer den gleichen. Wow, 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 wow! Ich glaube, wenn du ihn anfährst, gibt's ja immer den gleichen. Nein, nein, ich hab einen anderen bekommen, aber... Oh, hoppala. Jetzt geht's jetzt einfach. Was ist denn das? Stasi! Daumen gerade, dass wir hier Automaten aus dem Westen benutzen. Ich kann nicht mehr. Auchan, wo gammelst du gerade rum? Ich gammel hier in diesem, äh, Filmindustriegelände rum. Ja, gut, dann bleib mal da, dann komm ich jetzt mal. Dann komm doch mal. Da bin ich wieder, Entschuldigung. Ich kann, da kann ich gerade rein. Stop, wir haben einen guten Nutzung mal gemacht. Hoffentlich einfach wieder eine coole Tour mit dem Mountainbike auf dem Mount Schiller, ich mach. Oh nein, Alter, das war so grauenvoll. Fangen wir jetzt mal lustig. Also, wie gesagt, Jungs, ich kriege immer den gleichen Job. Ich würd' mal dafür sagen, wir nehmen mal Lestas Mission an, hier. Warte, einmal will ich auch noch mal rumgehen. Warte noch kurz auf mich, grad genau. Was hast du denn vor? Willst du mir den zeigen? Willklinger. Ja, ha, 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 ha. Das ist die beste Aufnahme aller Zeiten, Alter. Hört man das so sehr? Ja, hört man schon sehr. So, wir warten hier auf dich, ne? Ja, auf mich. Nee, auf den, äh, Ziel. Bist du das hier? Soll ich zum roten Punkt fahren? Bist du von hier im Apartment? Nein, ich bin nicht im Apartment. Wie meinst du denn jetzt? Also ich hab jetzt hier eine Mission bekommen von Lester auf die Piste, fertig, los. Wie ist die denn so? Keine Ahnung, hau rein. Okay. Aber eins bis vier hoffe ich mal, ne? Ja, zwei bis vier. Warte kurz, wo bist du? Nein, aua, nein. Wenn du auf Back drückst, kannst du ganz unten auf viele Anzeigen gehen, blinken die auf der Karte. Ach ja, Back? Ich hab das immer noch von der Sony Slay Station drin. Was Select heißt? Was Select heißt. In der Hose, ey. Ach du bist doch hier, fahr einfach mal zu Nico. Ich komm mal eben zu dir. Hallo. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Oh yeah, Cabrio. Oh yeah, was denn da, was denn Cabrio? Oh scheiße, oh fuck. Oh yeah, oh yeah, oh scheiße. Was machst du mit dem Flugzeug da? Ich hab... Ich hab... Es hat so gestartet, komm, es ist total egal. So Kinder, ihr werdet eingeladen. Guck mal, ich schaffe es jetzt. Jetzt schaffe ich es und du gehst raus. Oh fuck. Er hat's geschafft, ey. Okay, Leute, ihr müsst bitte joinen. Er wird eingeladen. Nein. Okay. Nein. Der Nies ist schon da. Nigger. Ey. Ey, das war aber jetzt hier. Das war jetzt gemein, es tut mir leid. Wir langs. Jetzt hast du keine... Warum hast du gestartet? Ich hab mir noch keine Weste gekauft. Das ist zu spät, ja. Ah, komm, wir sind viel lauter. Wir müssen das doch eigentlich schaffen, oder? Nee. Vorderlicher Rang 22, gell? Ja gut, ne Mission 22. Ah, pff. Mach ich alleine fünfmal. Gibt nicht so an. Okay, Leute. Schauen wir mal, wie lange wir schon aufgenommen haben hier. Die haben Zuschauer, die müssen das Elend hier ertragen. Ich hab kein A da hinten am A da. Okay. Ähm. Habt ihr ein Auto? Ey, das mach ich mit Pimper, Karl. Du verpiss dich. Tschüss. Ne, meine Karl. Kannst du beeilen. Mach's auch. Kannst du beeilen, Alter. Kannst du beeilen, Alter. Was ist denn das für ein Auto? Was ist denn das für einsteigen, Alter? Willst du einsteigen, Alter? Willst du einsteigen bei mir? Wenn du das hochtunst? Ich will. Ich will. Ich will. Boah, Walter, hier ist ein Energy. Halt dich fest. Das ist kein Energy, das ist ein 9F. Das ist ein Obey 9F Cabriolet. Obey 9F Cabriolet. 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 Ich hab den Ort auf der Karte markiert. Wir müssen sehr weit fahren. 9 Kilometer. So viel. Das ist immer viel. Reißt euch zusammen, fress nicht so viel Chips. Und. Und. Ja. Oh Gott. Ich fahr schon mal voraus, ne? Ihr braucht ja ein bisschen Recken. Alter, wo fähren die alle hin? Sollen wir nicht zusammen fahren? Komm, wir fahren zusammen. Hab dich nicht gesehen. Der Knallt hat noch mal geschreit. Lass mal auf die Bar. Komm. Jetzt kommen die. Ach scheiße, du hast vorhin gegen ein Auto gesämmelt. Da mal hin. Schnell weg hier. Alter, jetzt wartet mal auf den lieben Nils hier. Wer ist der noch am... Ah ne, der Floppy. Der Floppy, Alter. Der kommt mit meiner Karte nicht zu rechnen. Der Floppy, Alter. Der Floppy, Alter. Der Floppy, Alter. Der Floppy, Alter. Ich weiß nicht mehr, der Floppy, Alter. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht wie Langer oder Trecker. Nutzfahrzeug. Rassemeer? Alter, ich bin ja mit dem Rennen gefahren, ne? Ich war zu Fuß schneller als mit dem Rassenmeer auf Vollgas. Ich hab mich doch gelacht, alter. Das war für'n Tolle. Ich hole euch ein. Mach das. Was ist denn den Karat hier? Was ich geil bei Missionen finde Die ganzen Autos sind weg Die meisten zumindest Ist nicht realistisch Gestaltet haben sie das Total realistisch Das haben die gemacht, weil die Xbox nicht darauf klarkommt Weißt du, nebenbei die Missionstrang Und dann noch die ganzen Sachen Die PS3 kommt darauf klar Total Auch nicht so sehr Guck mal, die Kunden sind schon 6 Jahre alt Willst du behaupten? Vor allem, das ist schon viel zu synchronisieren Ich meine, GTA hat ja eh viele Daten durch die Umwelt Dann vier Fahrzeuge Die da synchronisieren muss Eventuell noch den Ingame-Sprach-Chat Das ist schon eine Menge Dann noch ein Typen, die Chips frisst Das ist das Schlimmste Ich hasse diese Leute Das ist genauso, wie wenn du im Kino sitzt Willst du dich entspannt hinsetzen Und dann setzt sich unsere Riese vor dich Du siehst nichts mehr Noch besser einer drunter sitzt Und sich schön die Füße auf deiner Kopflehne ausbreitet Und die Schuhe auszieht Das war schon mal gerade, Alter Ja, wenn okay sein Abschluss ist, dann ist es ja nicht schlimm Alter So, jetzt kommen die ersten Fahrzeuge hier schon reingespawnt Du musst dann so aufpassen Ach, der wird da aus, Nico Er ist nachher weggeflogen Boah, der fließt aber auch da Floppy ab Nein Ich bin aus der Falle Ich bin fast ins Meer gefallen Ich hab den Flippy nur wegfliegen gesehen, Alter Göttlich Wieder Floppy oder wie ich? Lass mal auf die Warten kommen Dann bist du asozial Nils Wieder Floppy oder wie ich wegfliegen? Wie ich nicht asozial Wie ist es los? Ich hab den Floppy wegfliegen gesehen Volle Pulle Okay, los geht's Oh shit, okay, okay, was denn? Oh! Lass aber den lassen wir da, ne? Alter! Das ist kein Rania Alter Oh Gott Das leckt bei mir gerade ein bisschen Die Katze Okay Fun, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns Ja, 1,8 Ach, scheiß drauf YOLO! Kennt einer das Junge? YOLO! Oh Oh, oh, scheiße Oh, scheiße Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Der ist gerade so in die Luft geflogen, Alter Das war ich Ich bin einfach auf den Übel geklappt und bin über die Straße und drüber auf den Strand geflogen Was ist denn los, ey? Der ist echt auf den Strand, Alter Was ist denn da los? Der ist echt auf den Strand, Alter Was ist denn da los? Okay Pfff Lass mal das Flugzeug klauen, Leute Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren hier damit wir den Zuschauern was bieten können I don't I don't I don't I don't I don't I don't O I don't I don't